Softwareentwicklung mit Scrum Von der Vision zum Produkt Erklärt anhand einer physischen Produktentwicklung Das ist Herr Berger. Herr Berger ist Entwicklungsleiter eines Unternehmens, das erfolgreich Vellos herstellt und verkauft. In der nächsten Saison möchte die Firma mit einem innovativen Produkt ganz neue Kundenkreise erobern. Sein Chef sagt, Herr Berger solle sich dazu etwas einfallen lassen. Eine Lösung muss her, ein System, ein Produkt, etwas, das innovativ und maßgeschneidert ist, schnell und effizient, etwas, das auch komplexe Aufgaben erledigt und dabei einfach und bequem zu bedienen ist und etwas, das sehr leicht ist, aber dennoch viel verträgt. Kurz, es soll über Funktionen verfügen, die sich viele Kunden schon lange wünschen und es soll so schnell wie möglich am Markt verfügbar sein. Herr Berger fragt sich, wie soll das gehen? Wer kann mir helfen? Gibt es eine Methode, mit der ich all das realisieren kann? Die Methode der Wahl für Herrn Berger heißt Scrum. Scrum ermöglicht es, komplexe Anforderungen an ein Produkt zu realisieren und dabei schnell und kosteneffizient zu sein. Wie geht das? Bei Scrum nimmt Herr Berger aktiv am Entwicklungsprozess des Produkts teil. Er nimmt die Rolle des Product Owners ein, der die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden vertritt, diese priorisiert und so die Produktvision im Auge behält. Zur Seite steht ihm der Scrum Master. Der Scrum Master bleibt während des gesamten Entwicklungsprozesses Ansprechpartner für den Product Owner und Verbindungsglied zum Scrum Team. Dieses besteht aus etwa fünf, zum Teil hochspezialisierten Produktentwicklern, die sehr eng zusammenarbeiten. Als erstes werden die Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse der Benutzer in sogenannten Benutzergeschichten festgehalten und entschieden, welche Funktionen am wichtigsten sind und zuerst umgesetzt werden sollen. Dann geht es los. Bei Scrum erfolgt die Entwicklung eines Produkts in kurzen Entwicklungsphasen, sogenannten Sprints. Zu Beginn eines Sprints wird festgelegt, welche Benutzergeschichte umgesetzt werden soll. Nach jedem Sprint kann Herr Berger eine funktions- und potenziell marktfähige Version des Produkts testen. Aufgrund des Tests werden Anpassungen vorgenommen und danach werden die nächsten Entwicklungsschritte festgelegt. Und so geht es weiter. Das Scrum Team entwickelt, der Scrum Master unterstützt und räumt Hindernisse aus dem Weg, der Product Owner testet und priorisiert, das Team entwickelt weiter. Die ersten Versionen des Produkts kommen auf den Markt, und Kunden geben Feedback. Der Prozess wiederholt sich nun immer wieder. Scrum hat es möglich gemacht. Mit Scrum werden in sehr kurzer Zeit funktionsfähige Produkte realisiert, getestet und weiterentwickelt. Scrum ist schnell und kosteneffizient und ermöglicht die Entwicklung innovativer und maßgeschneiderter Softwareprodukte. In der Umsetzung individueller Web-Anwendungen und innovativer Softwareprodukte mit Scrum gehört Leap zu den führenden Unternehmen der Schweiz. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir benutzerzentrierte und neuartige Internet- und Mobilapplikationen, die schon mehrfach ausgezeichnet wurden. Leap – Agile Web Development einтирать מ� die Möglichkeit wanderspielte Ent rested in ausgezeichnet wurde. Glyde Entfernen die wacht bekannt ist sie Schraub